Das ist das Focus Jam 2 6.7 Plus. Natürlich erkennt man auf den ersten Blick, dass es ein E-Mountainbike ist, aber es ist optisch auf jeden Fall näher dran, was man sich so an einem Mountainbike vorstellt. Ich bin 1,76 und bin die Rahmengröße M gefahren. Der Rahmen ist aus Alu und hat einen Federweg von 150 Millimeter und steht auf 27,5 Plus Reifen. E-Bikes sind natürlich nicht leicht, aber ich finde das Jam 2 mit seinen 23,9 Kilo gehört zu den leichteren. Ich bin schon mal das Jam 2 mit einem Shimano Motor gefahren und hatte halt jetzt zum Vergleich einmal den Bosch Motor. Beide haben 250 Watt. Der Bosch Motor ist zwar kleiner, hat aber trotzdem mehr Drehmoment. Und das merkt man auch auf dem Trail. Mit einem Lenkwinkel von 66 Grad, einem Sitzwinkel von 75 Grad und einem Reach von 445 Millimeter bietet das Bike eine klassische All-Mountain-Geometrie. Ich finde beim Bergauffahren einfach total spannend, dass man unterstützt wird. Ich bin dadurch länger gefahren auf jeden Fall. Ich bin natürlich alle Modi mal gefahren, um einfach mal auszuprobieren, wie fühlt sich das in den unterschiedlichen Modi an. Ich habe natürlich immer die niedrigste genommen, einfach für mich selber, fürs Gefühl, dass ich selber noch ein bisschen mitarbeite. War aber trotzdem toll, dadurch konnte ich auf jeden Fall länger fahren. Boost habe ich natürlich auch ausprobiert beim Bergauffahren. Und ganz ehrlich, so schnell auf dem Berg oben war ich noch nie. Hat Spaß gemacht. Das Fahrrad kann ich auf jeden Fall Leuten empfehlen, die abends nach Feierabend zum Beispiel noch sagen, ich würde gerne fahren, habe aber noch eine größere Strecke vor mir. Beispielsweise eine halbe Stunde noch Weg bis zum Trail. Denen kann ich das absolut empfehlen, weil die Zeit, die kann man sich sparen, indem man einfach einen der Modi eingibt, ein bisschen schneller fährt und dann einfach die Trails richtig auskosten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Den Link findet ihr unten in unserer Beschreibung. Tschüss!